Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode des Corvus Korax Podcasts. Ja, jetzt ist es schon tatsächlich ein paar Videos her, seitdem ich den letzten Podcast gemacht habe. Gehen wir erstmal die Übersicht für den heutigen Podcast durch. Als allererstes möchte ich ein paar Kleinigkeiten mit euch besprechen, die vielleicht für den einen oder anderen von Interesse sind. Dann haben wir bei What Grinds My Gears etwas, das ein kleines Gespräch über den naturalistischen Fehlschluss und den ethischen Egoismus motiviert hat. Als drittes haben wir einen sogenannten Arschloch-Test. Ich dachte mir, nachdem wir das, was bei What Grinds My Gears Thema ist, durchbesprochen haben, brauchen wir ein bisschen Entspannung vor dem vierten Thema. Und im Hohe Luft Kompakt, wer es nicht kennt, Hohe Luft ist ein Philosophie-Magazin, da gibt es einen kleinen Arschloch-Test, den mache ich dann mit euch zusammen. Heißt, ich werde die Fragen und die verschiedenen Antworten vorlesen. Ihr könnt dann für euch, euch selbst die Antworten irgendwie notieren oder merken oder wie auch immer. Und dann am Ende schauen, inwiefern ihr ein Arschloch seid oder nicht. Den habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich denke aber, es wird wahrscheinlich, weil es ein Test ist, eher mittelmäßig werden, ohne jetzt das Magazin zu fronten. Aber das ist halt meistens so. Solche Tests sind halt nie wirklich gut. Wie auch immer man das gut in dem Sinne verstehen möchte. Und als allerletztes, am vierten Punkt, möchte ich über das Induktionsproblem sprechen. Und zwar sowohl das alte von Hume, als auch das neue von Nelson Goodman. Ja, fangen wir doch mit dem ersten wichtigen Punkt an. Für mich wichtigen zumindest. Wir sprechen ein wenig über ein paar Sachen. Und zwar zum einen sind jetzt zwei Videos in Folge erschienen, die kein Podcast waren. Und die schienen ja auch ganz gut so weit angekommen zu sein. Das Video zu den sozialen Konstruktionen ist sehr gut angekommen, wie ich gesehen habe. Und ich werde auch wahrscheinlich noch zu einzelnen Begriffen mal eigene Videos machen, wenn ich es für sinnvoll erachte. Gerade wenn es Themen sind, die in einigen Diskussionen relevant sind. Denn für sowas ist dieses Video angelegt. Weil wenn ich merke, dass ich mit jemandem diskutiere und der ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Begriff überhaupt nicht verstanden hat, dann habe ich manchmal auch einfach nicht die Zeit, dieses Thema und diesen Begriff auszuführen. Und halte es für sinnvoll, wenn ich dieser Person dann einfach irgendetwas geben kann, wo er sich schnell durchhören kann. Oder halt deswegen die Zusammenfassung auf dem Bildschirm schnell durchlesen kann. Ich habe gemerkt, da sind ein, zwei kleine Rechtschreibfehler, aber nicht so schlimm, dass man es nicht mehr versteht, was da auf dem Bildschirm steht. Ja, genau. Das ist nämlich einer der Gründe, warum ich solche Videos mache. Zu dem Bakugan-Video wollte ich auch noch kurz was sagen. Und zwar, ich denke mal, das haben sich einige nicht angeschaut, weil es um Bakugan geht. Wer möchte schon was darüber hören? Aber ich denke, dass es sich trotzdem für den einen oder anderen lohnen würde, da mal reinzuschauen, auch wenn die Person kein Interesse an Anime hat. Weil es nicht unbedingt nur darum geht. Ja, was haben wir noch? Genau, zum einen wollte ich, genau, ich wollte euch noch was fragen. Und zwar, meine Frau hat mich gefragt, beziehungsweise hat gesagt, sie hätte Interesse daran, mal ein paar Videos zu grundlegenden Begriffen aus der Soziologie und Theorien der Soziologie zu machen. Das wollte sie zum einen machen, um halt auch sich quasi zum Lernen zu zwingen, weil sie momentan in einem Soziologie-Leistungskurs ist. Und zum anderen, weil sie das, sie sieht das bei mir, dass ich das halt immer mache und dass mich das so sehr erfreut. Und vielleicht macht ihr das ja auch Spaß. Ja, und da wollte ich einfach mal eure Meinung wissen. Hättet ihr da Interesse dran an solchen Videos? Ich persönlich bin da ja sehr für. Ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nicht, wie groß im deutschen YouTube-Markt da Soziologie thematisiert wird. Ich kenne, glaube ich, zwei Podcasts aus dem Bereich. Aber ansonsten ist da bei mir, zumindest meinem Wissen nach, relativ laute. Und an sich bin ich immer dafür, gerade wenn es in dem Fall ja eine Frau ist, die etwas auf YouTube macht, was nichts mit Schminke zu tun hat. Denn außerhalb von dem Bereich sind Frauen sehr unterrepräsentiert. Und nein, ich verlange jetzt nicht, dass es genauso viele Frauen wie Männer oder Ähnliches in jedem Bereich geben muss auf YouTube. Aber ich finde es einfach schön, wenn es da ein bisschen mehr Abwechslung gibt, was ja auch gerade motivierend sein kann für Frauen, wenn sie merken, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sich freiwillig in einem wissenschaftlichen Bereich mit irgendwas auseinandersetzen. Ja, das wollte ich euch fragen, ob ihr da grundsätzlich Interesse dran hättet. Ansonsten, genau, heute Abend, Freitag, falls ich das Video nicht heute noch hochladen werde, ich denke aber schon, dass ich das machen werde, gibt es auf meinem Discord-Server, zu dem es unter jedem Video eine Einladung gibt, weil ich denke, dass meine Zuschauerschaft eine vernünftige Zuschauerschaft ist, weil ich der Ansicht bin, dass eine Zuschauerschaft generell, so im Durchschnitt zumindest, die Person widerspiegelt, die die Videos macht. Ja, und da ich mich halt für vernünftig halte, zumindest im gewissen Maße halte ich euch auch für vernünftig. Deswegen ist auch immer eine Einladung zu Discord in der Beschreibung, jedenfalls könnt ihr da gerne draufgehen, wenn ihr noch nicht auf dem Discord-Server seid, da wird es heute Abend eine kleine Vorlesung geben und eine darauf folgende Diskussionsrunde, die wird ca. 20 Uhr starten und bis kurz vor 20 Uhr kann man auch immer noch über die Themen abstimmen, es stehen 8 Themen zur Auswahl, die werdet ihr dann im allgemeinen Chat finden, da müsst ihr nur ein bisschen hochscrollen, momentan noch nicht viel, weil noch nicht so viel da geschrieben wurde, aber ich möchte ein bisschen Leben in meinen Discord-Server bringen, weil ich auf einem anderen Server gemerkt habe, wie viel Spaß mir das macht und ich hier ja auch eine Community habe, die nicht nur aus den Leuten von diesem Server besteht und ich halt auch gerne mit euch explizit interagieren möchte und euch die Möglichkeit geben möchte, weil manchmal hat man auch einfach nicht die Lust oder Motivation, sowas über YouTube-Kommentare zu machen, die Interaktion, das ist immer etwas anderes, die Interaktion über Discord oder über YouTube. Deswegen wollte ich euch da die Möglichkeit geben und euch daran erinnern, dass die Möglichkeit besteht. Ja, ich glaube, das war alles, was ich mit euch besprechen wollte. Dann gehen wir doch mal direkt über zu What Grinds My Gears. Und zwar ist dieses Mal What Grinds My Gears motiviert von einem Video von einem Menschen mit dem Namen Schattenmacher. Der hat ein Video gemacht, das nennt sich, wenn ich mich recht entsinne, Ted Bundy und der Ursprung der Moral. Ja, und ich war ein wenig erschrocken wegen der Argumentation und der Reaktion der Zuschauer. Also in dem Video wurde gesagt, dass er nicht deskriptiv, sondern normativ argumentieren will. Meinen dann nachgewiesen zu haben, dass wir alle egoistisch handeln und schließt dann darauf, dass dies gut ist, weil das so ist. Also argumentiert er doch rein deskriptiv und begeht den naturalistischen Fehlschluss. Weswegen ich heute über den naturalistischen Fehlschluss sprechen werde und über den ethischen Egoismus auch ein bisschen. Dieses Mal habe ich auch alle relevanten Quellen, die ich verwendet habe, in die Beschreibung gepackt, weil ich gerne bei solchen Themen vorher noch mal ein bisschen nachblätter. Es gibt noch durchaus tiefergehendere Quellen, verschiedene Literatur in diesem Bereich, die durchaus relevant sind und die man sich durchaus auch mal durchlesen sollte. Aber dafür fehlt dann entweder Zeit oder Geld bei den meisten Personen. Und diese Quellen sind halt, also die, die ich unten auf jeden Fall genannt habe, sind immer sehr präzise bei den Themen. Also man verschwendet nicht viel Zeit mit Rumgelaber, sondern kommt halt auf den Punkt. Und das ist für viele Leute, die gerade nicht so viel Zeit haben oder auch noch nicht so richtig in der Thematik drin sind, eigentlich ganz angenehm. Also kommen wir zum naturalistischen Fehlschluss. Er wird auch der Sein-Sollen-Fehlschluss oder Humes-Satz genannt, wobei man da eigentlich Unterschiede machen muss zwischen dem naturalistischen Fehlschluss und Humes-Satz bzw. dem Sein-Sollen-Fehlschluss. Aber dazu komme ich dann, wenn ich gleich zu dem naturalistischen Fehlschluss komme. Erstmal möchte ich über den Sein-Sollen-Fehlschluss, also Humes-Satz sprechen. Der lässt sich ungefähr so zusammenfassen, also mal in einer einfachen Form, die man sich sprachlich auch merken kann. Und zwar, man kann von einem Sein nicht auf einen Sollen schließen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ja, nur sexueller Interkurs zwischen einem heterosexuellen Paar führt zur Reproduktion und deshalb ist Homosexualität schlecht. Das wäre eine Argumentation, bei der ich von einer deskriptiven Aussage auf einen Sollen schließe. Deswegen soll man nicht homosexuell sein, ohne dazwischen irgendeine Form von normativer Aussage zu packen, die diesen Sprung rechtfertigt. Das Ganze lässt sich dann moderner und präziser ausdrücken und philosophisch korrekter und das würde dann ungefähr so klingen. Aus Propositionen ohne moralische Prädikate folgen keine nicht-trivialen Propositionen mit moralischen Prädikaten. Für alle, die es nicht wissen, Propositionen sind Aussagen das. Also zum Beispiel, ich weiß, dass das der Fall ist, um ein Beispiel zu nennen. So, ja, das wäre Humes Satz und der Sein-Sollen-Fehlschluss. Und dann hat später G.E. Moore, der Begründer der Moralsemantik, den Begriff des naturalistischen Fehlschlusses, beziehungsweise halt auf Englisch naturalistic fallacy, eingeführt. Und zwar ging das Ganze ungefähr so. Wenn jemand versucht, Sätze, in denen der Begriff gut vorkommt, durch Sätze zu umschreiben, die bloß sagen, was der Fall ist, dann geht man dabei von einer Beschreibung zu einer Bewertung über. Also Moore meinte damit, dass man bei jeder Definition von dem Begriff gut als F fragen kann. P ist zwar F, aber ist P auch gut? Dadurch wird im Gegensatz zu Hume sogar jede implizite naturalistische Definition des Begriffs gut geleugnet. Natürlich kann man darüber diskutieren, inwiefern das valide ist. G.E. Moore und auch anschließend daran A.C.E. Wing sind zum Beispiel Vertreter einer Position, laut der der Begriff gut irreduzibel ist, also allgemein ethische Begriffe, und deswegen halt auch gut irreduzibel ist. Heißt also, sich nicht reduzieren lässt und jede Definition ist halt keine passende Definition in dem Rahmen. Deswegen lässt sich darüber auf jeden Fall debattieren. Aber ich denke, über den Seien-Sollen-Fehlschluss an sich lässt sich nicht großartig diskutieren. Ich weiß auch, dass es darüber eine Diskussion gibt, aber sagen wir so, es ist schon vernünftig, das zu verwenden. Ich möchte jetzt nicht auf die ganze Diskussion über das Thema eingehen, vor allem, weil ich sie halt für nicht sinnvoll halte, weil es schon ein sehr gutes Prinzip ist, so ein metaethisches Prinzip. Ja, kommen wir zum ethischen Egoismus. Hier sollte man generell zwischen einem logischen Egoismus, heißt einem Egoismus, der behauptet, dass Egoismus notwendig für das Handeln ist, einem psychologischen Egoismus, also einem Egoismus, beziehungsweise die Annahme, dass unsere psychologische Beschaffenheit den Egoismus erzwingt, und einer sogenannten Ethik der Klugheit, also quasi, dass wir verpflichtet dazu sind, unsere eigenen Interessen zu verfolgen, unterscheiden. Ich denke, das beste Argument für den logischen Egoismus läuft ungefähr so ab, und ich denke, da wird sich auch der ein oder andere Zuhörer wiederfinden können in dem Argument, oder vorerst davon überzeugt sein. Wir werden danach ein bisschen gucken, was man so einwenden könnte, beziehungsweise was so eingewandt wurde. Ich muss mal einen kurzen Schluck dringen. Heute habe ich mir mal ein alkoholfreies Bier gegönnt. Ausnahmsweise. Also das Argument geht ungefähr so. Auch die uneigennützigsten Interessen sind Interessen. Ein Interesse zu haben bedeutet, dass ich Interesse an der Befriedigung dieses Interesses habe. Das Verlangen der Befriedigung meiner Interessen impliziert einen Wunsch nach der Befriedigung. Ergo ist jedes noch so uneigennützige Interesse egoistisch. Ein Klugheitsethiker muss sich allerdings dem Universalitätsprinzip stellen. Also ich werde auf die Gegenargumentation im Nachhinein eingehen. Ich möchte erstmal noch über den Klugheitsethiker sprechen. Und zwar ist das Dilemma wie folgt. Entweder alle sollen alles für sich tun oder nur einer als Teil einer bestimmten Klasse. Also zum Beispiel jetzt, wenn man sagt, wir sind Teil der arischen Rasse und deswegen sollen wir Klugheitsethiker sein, aber die anderen nicht. Oder wenn man sagt, ich bin der Übermensch und deswegen sollte ich Klugheitsethiker sein. Und die anderen sind Untermenschen und deswegen die nicht. Das sind die zwei Optionen, entweder alle oder nur bestimmte Klassen. Im ersten Falle müsste er somit die Verfolgung der Fremdinteressen bestärken. Und im letzteren Falle gibt er die Fadenscheinigkeit seiner unmoralischen Ethik selbst zu, da er das Universalitätsprinzip ablehnt. Das ist das Dilemma eines Klugheitethikers. Entweder er muss dafür sein, dass andere ihre Interessen verfolgen, was seinen Interessen durchaus widerstrebt. Oder er gibt zu, dass seine Ethik halt für den Arsch ist und er die nur so formuliert hat, damit er tun kann, was er will. Ja, genau. Also was hat man denn so allgemein zu diesen verschiedenen Positionen des Egoismus gesagt? Ich werde hier hauptsächlich über Bertrand Russells Kritik an den verschiedenen Positionen sprechen und ein wenig über ACE-Wings. Russell wirft dem psychologischen Egoismus vor, dass hierbei das Pferd vom Schwanz aufgezäumt wird, wie er geschrieben hat. Weil wir durch unser Handeln versuchen, ein vorher eingetretenes Verlangen zu stillen. Zum Beispiel essen wir, weil wir hungrig sind. Und die daraus resultierende Befriedigung im Nachhinein als das eigentliche Ziel der Handlung interpretieren, was jedoch nicht der Fall war. Ein weiterer Kritikpunkt Russells ist, dass der Mensch sich bei seinen Interessen auf etwas richten kann, das außerhalb seines Ichs liegt. Und das werde ich gleich noch einmal aufgreifen. Ein beliebtes Beispiel, wenn man mit einem Egoistiker argumentiert, ist die Selbstaufopferung. Wobei der Egoist dann natürlich antwortet, dass wir die Selbstaufopferung nur verfolgen, weil wir mit der alternativen Situation nicht glücklich sein könnten. Dies würde dann bedeuten, dass zum Beispiel ein Soldat, der sich im Krieg für sein Land aufopfert, sich gar nicht für das Land aufopfert, sondern dies nur für sich macht. Der Egoist behauptet somit, dass sich jegliche Handlung nicht auf etwas richtet, das außerhalb seines Ichs liegt. Dies würde in seiner Konsequenz bedeuten, dass wir keine Handlung vollziehen können, bei der ein Teil des Opfers darin besteht, dass von dieser niemals jemand erfahren darf. Denn zum Beispiel könnte der Egoist ja sonst immer behaupten, dass der Beifall anderer Personen das egoistische Motiv ist. Wenn allerdings kein anderer davon erfahren darf, dann haben wir nur noch den Beifall des eigenen Gewissens. Und der Beifall des eigenen Gewissens wird wohl keine ausreichende egoistische Motivation für solche Fälle bieten und lässt sich bei wiederholter Untugend immer leichter ignorieren. Also je mehr wir schlecht handeln, desto leichter fällt es uns, unser Gewissen zu ignorieren. Somit würde jeder den ertrinkenden, ohnmächtigen Mann, solange keiner hinsieht, einfach sterben lassen, wenn der psychologische Egoismus richtig liegt. Aber ich denke, es sind durchaus Fälle bekannt, in denen jemand einen Menschen gerettet hat, ohne dass dieser Mensch es bewusst mitbekommen hat und ohne dass es Zuschauer gab, was dann diesen psychologischen Egoismus widerlegen würde. Zumindest in seiner starken Form. A.C. Ewing argumentiert dafür, dass der Egoist nicht in der Lage ist, zu definieren, was für ihn das in Anführungszeichen Gute ist, in guter alter Mur-Manier. Denn wenn er versucht ist, als das zu definieren, was für ihn gut ist, dann versagt er im Universalitätsprinzip. Des Weiteren gibt es vieles, was man sich zwar wünschen kann, aber nicht wünschen würde, wenn man wüsste, was dies alles beinhaltet. Demnach würde der Egoist als gut definieren, was man, wenn man den wahren Kern des Wunsches erkannt hat, wünschenswert, also was man, wenn man den wahren Kern des Wunsches erkannt hat, für wünschenswert hält. Jedoch ist dies methodologisch nicht möglich und epistemologisch gesehen sehr schwach. Also es ist sehr zu bezweifeln, ob man bei jeder Sache, die man wünscht, den wahren Kern im Vorhinein erkennen kann und es dann als wünschenswert evaluiert. Ja, das sind so ein paar Argumente, die man gegen den ethischen Egoismus anbringen kann. Ich finde es sowieso sehr interessant, der psychologische Egoismus, der findet ja vor allem seinen Ursprung und der wurde auch, glaube ich, nie wieder so stark vertreten als bei Thomas Hobbes. Selbst Freud hat keinen so starken psychologischen Egoismus vertreten wie Hobbes. Bei ihm ging es ja so weit, dass er sogar jegliche Form von Staatsgewalt auf diesem psychologischen Egoismus begründet. Und das ist ja schon ein bestimmtes Menschenbild, das man durchaus ablehnen kann. Und dafür habe ich jetzt auch ein, zwei Gründe genannt. Ja, also man kann natürlich auch noch darüber diskutieren, dass halt so eine Position wie alles ist egoistisch motiviert, nicht falsifizierbar ist oder dass es auch einen gewissen freien Willen voraussetzt, weil wenn alles determiniert wäre, hätten wir keine innere Motivation, die uns quasi bei der Entscheidung hilft, beziehungsweise uns zum Entscheiden motiviert, weil wir nicht entscheiden könnten, weil alles determiniert wäre. Also die Möglichkeit der Entscheidung bestünde erst gar nicht. Also unterschwellig sind bei solchen Diskussionen immer solche Themen auch mit im Raum. Aber ich halte es an diesem Punkt jetzt nicht für sinnvoll, das ausführlich zu diskutieren. Ich denke mal, ich habe relativ gut ein paar nette Punkte, die man mal bedenken könnte, aufgeführt. Kommen wir jetzt zu etwas Spaßigerem, und zwar dem Arschloch-Test. Mal schauen. Seite 82. Noch einen Schluck. Ja, der Arschloch-Test. Es ist nicht jedem angenehm, sich selbst im Spiegel zu betrachten und zu Flecken der eigenen Seele zu sondieren. Das ist nur was für Mutige. Für Sie. Das ist die Überschrift, und die Fragen sind von Thomas Wasek. Erste Frage. Im Supermarkt ganz hinten, in einer langsamen Schlange vor der Kasse. Da macht nebenan eine weitere Kasse auf. A. Sie nutzen ihren Startvorteil und stürzen als erster hin. B. Sie lassen die junge Dame vor, die nur eine Kaugummi-Packung in der Hand hat. C. Sie lassen alle vor, die schon länger warten als Sie. Also ich persönlich würde da C wählen, allerdings müsste ich C dafür noch ein bisschen modifizieren. Und zwar würde ich sagen, Sie lassen alle vor, die schon länger warten als Sie und die Kasse wechseln möchten, weil es möchte ja nicht jeder die Kasse wechseln. Und wenn ich nur da stehe, bis ich warte, dass alle vor mir weggegangen sind oder schon kassiert haben, dann ist das einfach nur unnötig. Ja, zweite Frage. Oder Aussage. Das war jetzt auch nicht wirklich eine Frage. Jemand kauft Ihnen das letzte Croissant vor der Nase weg. Sie denken A. Er stickt dran. B. Na gut, ich wollte sowieso Diät machen. Oder C. Der Glückspilz. Ich nehme einfach eine Brezel. Nun, ich würde an sich C wählen, allerdings würde ich keine Brezel wählen wahrscheinlich. Da scheint bei mir einfach noch ein bisschen das Storische durch, was ich früher sehr stark... Es gab eine Phase, wo ich sehr stark auf der Seite der Stoiker war, der Stoizisten. Ich kannte jemanden, der immer ausgerastet ist, wenn man Stoiker gesagt hat. Nein, das heißt Stoizisten. Das sind keine Stoiker. Ja, es gibt unter Philosophen auch sehr spezielle Menschen. Eigentlich fast alle. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Drittens. Seit heute arbeitet in Ihrer Abteilung ein Mensch Ihres Geschlechts, der deutlich attraktiver ist als Sie. A. Sie rächen sich, indem Sie einen nassen Lappen in seine nackten Tasche legen. B. Sie zwingen sich zu einem Lächeln. C. Irgendwie mögen Sie diesen Menschen sofort. B. Ja, ich fühle mich jetzt von keinem dieser Punkte auch nur ansatzweise repräsentiert. Und deswegen kann ich an dieser Stelle gar nichts wählen. Ich behaupte jetzt einfach mal... Ach, ich sehe gerade, dass ich die Überschrift nicht komplett vorgelesen habe, weil die auf der anderen Seite weitergeht. Na, egal. Ja, ich fühle mich jetzt davon nicht wirklich angesprochen und deswegen werde ich an der Stelle auch nichts davon wählen. Hier steht nirgendwo, dass man dazu gezwungen ist, alles zu wählen. Also überall irgendwas anzukreuzen. Viertens. Simulieren Sie gern Hustenfälle während einer Theateraufführung? Was? Okay. A. Ja, ich hasse Bildungsbürger. Oh Gott. B. Nur bei Lauten. C. Nein, ich respektiere die Kunst. Ja, also ich mag Theater an sich. Deswegen C. Nein, ich respektiere die Kunst. Ich weiß auch nicht, warum man einfach random Hustenanfälle vortäuschen sollte während einer Theateraufführung. Erstens, das ist scheiße für alle anderen. Zweitens, du hast für die Aufführung bezahlt. Also komm. Naja. Fünftens, das Kind Ihrer Chefin verliert seinen Lieblingsstoffhasen. Sie finden ihn und A. Funktionieren ihn zum Beißspielzeug für Ihren Hund um. B. Spenden ihn an die Kindernothilfe. C. Geben ihn umgehend zurück. Also sagen wir mal, ich finde etwas von jemandem, ich weiß jetzt nicht, wie meine Beziehung zwischen der Chefin ist. Ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich ein relevanter Faktor wäre. Aber sagen wir jetzt erstmal neutrale Beziehung. Und ich weiß tatsächlich, dass das vor allem nicht nur zu der Chefin, sondern auch zum Kind von der Chefin, weil das ist eigentlich wichtiger als meine Beziehung zu der Chefin. Also sagen wir, meine Beziehung zu dem Kind der Chefin ist neutral. Und ich weiß, dass der Lieblingsstoffhase dem Kind meiner Chefin gehört. Dann würde ich den natürlich zurückgeben. beim Waldspaziergang lässt die frische Luft die Nase laufen. Sie schnäuzen sich in ein Papiertaschentuch und A. Lassen es fallen. B. Stecken es unter einen Stein. Und C. Nehmen es in der Hosentasche mit und entsorgen es am nächsten Mülleimer. Ich würde sagen C. Insofern ich es nicht vergesse, dass ich es in der Tasche habe und dann erst zu Hause oder kurz vorm Waschen raushole. Aber an sich, ich würde es in die Hosentasche stecken. Wer, bitte, kann mir jemand ernsthaft sagen, dass einer von euch unironisch B genommen hat? Ich finde B ist halt, das ist die beste Antwort. Stecken es unter einen Stein. Ich gehe dann extra auf die Suche nach einem Stein, wo der groß genug ist, dass ich da mein Papiertaschentuch drunter stecken kann. Uff. 7. Wie sehr müssen Sie sich das Lachen verkneifen, wenn jemand stolpert oder hinfällt? A. Sehr. B. Ein wenig. C. Gar nicht. Nun, ich würde sagen C. Gar nicht. Wobei man an diesem Punkt C natürlich auf zwei verschiedene Arten lesen kann. Entweder ich muss es mir gar nicht verkneifen, weil ich einfach drauf loslache oder ich muss es mir gar nicht verkneifen, weil ich nicht lachen muss. Bei mir würde ich, zumindest aus meiner bisherigen Erfahrung sagen, wobei wir im nächsten Thema lernen werden, dass das gar nicht so viel wert ist, würde ich sagen, dass ich bisher eher bei C im Verständnis der zweiten Interpretation unterzuordnet bin. Aber ich denke, dass man legitim auch C unter der ersten Zuordnung einkreisen könnte. 8. Wie verfahren Sie mit Spinnen in der Wohnung? A. Sie zerquetschen Sie mit einem Taschentuch oder mit der bloßen Hand. B. Sie saugen Sie mit dem Staubsauger auf. C. Sie fangen Sie behutsam in einem Glas und bringen Sie nach draußen. Da muss ich ehrlich sagen, es ist schwer. Das ist bei mir tatsächlich immer sehr situations- und stimmungsabhängig. Was Spinnen in meiner Wohnung angeht, handele ich in den allermeisten Fällen nicht sehr moralisch. Also ich habe das da, was das angeht, bin ich insofern Traditionalist, als dass ich als Kind gelernt habe von meinem Vater, wenn die Spinne oben in der Ecke sitzt, dann lass sie ruhig da, denn die kümmern sich um andere Insekten, die nervig sind. Das ist quasi so ein Gesellschaftsvertrag zwischen dir und der Spinne und sie bricht diesen Gesellschaftsvertrag, wenn sie die oberen Ecken und die Decke verlässt und ab dann muss sie halt mit Sanktionen rechnen. Ja, außer wenn ich jemanden hier habe, der halt panisch Angst vor Spinnen hat oder halt einfach mit Spinnen nicht gut klarkommt, dann werden sie entweder zerquetscht oder wenn ich die Zeit und die Sachen da habe und gerade nicht gereizt bin, was normalerweise dann dazu führt, dass sie Spinnen zerquetscht werden, dann verlassen, dürfen sie das Haus lebendig verlassen. Ja, 9. Sie spielen Karten und ihr Sitznachbar hält sein Blatt etwas ungeschickt. Sie A. schielen sofort unauffällig rüber, selber schuld. B. Sie riskieren einen kleinen Blick, kriegen dann aber ein schlechtes Gewissen. C. Schauen demonstrativ in die andere Richtung. Puh, ich würde sagen tatsächlich, dass man hier so eine Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen sieht, zumindest in den meisten Fällen. Ich frage mich, ob das eine Frage war, die bei Kohlberg war. Fände ich mal interessant, weiß ich gerade gar nicht. Ich denke mal, als kleines Kind A, dann so als Teenager B und als Erwachsener, wenn alles gut gelaufen ist, C. Also ich würde auch C sagen bei mir, weil ich dann, ich finde, das nimmt dann irgendwie den Sinn von dem Kartenspiel ein bisschen weg, wenn es keine Herausforderung mehr ist und wenn man schon weiß, was der Gegner alles hat. Das nimmt den ganzen Spaß weg und das ist halt einer der Gründe, warum man das überhaupt spielt. Also in dem Fall mache ich das aus egoistischen Gründen. Allerdings mache ich es auch aus Gründen des Prinzips und zwar, dass ich einfach Schummeln in Spielen für ungerecht halte. Ja, wobei man natürlich auch verstehen kann, wenn man sagt, die Person ist selbst schuld, weil sie ist selbst schuld, allerdings ist man auch selbst dafür verantwortlich, dass man nach bestimmten moralischen Richtlinien handelt. also ihm kommt eine Teilschuld zu. 10. Nach zwei Treffen sind sie ihrer Tinder-Bekanntschaft überdrüssig. A. Sie vergessen diesen Menschen und wischen sich den Nächsten herbei. B. Sie verabschieden sich von ihrem Flirt via Kurznachricht. C. Sie rufen an, um sich möglichst achtsam und höflich zu verabschieden. Ja, da muss ich leider passen, das kann ich nicht beantworten, da ich mich in so einer Situation überhaupt nicht wiederfinden kann. Ich bin verheiratet und habe Tinder noch nie verwendet und alle Trennungssituationen, mit denen ich bisher zu tun hatte, die von mir ausgingen, von mir ging ja keine Trennung aus. Ah, lustig. Ne, kann ich nicht beantworten. Aber ich denke mal, wenn das der Fall wäre, würde ich das persönlich machen wollen, also würde sowieso keine der Antworten zutreffen. Elftens. Erschrecken Sie gern ältere Damen auf der Straße? A. Ja, mit großer Genugtuung. B. Gelegentlich. Dann entschuldige ich mich. C. Nie und nimmer. C. Ich wüsste nicht, warum man ältere Damen auf der Straße erschrecken sollte. Ich meine, bei Kindern kann ich es verstehen, weil die halt das als Spiel sehen, aber als erwachsener Mensch ältere Damen auf der Straße erschrecken, auch keine älteren Herren, allgemein keine älteren Menschen. Naja. Und zwölfens, die letzte Frage. Zerkratzen Sie gern Autos? A. Regelmäßig, weil ich das Geräusch so schön finde. Das klingt am guten Grund. B. Gelegentlich. Aus Protest gegen den globalen Kapitalismus. C. Nie. Das Eigentum anderer ist mir heilig. Nun, das Eigentum anderer ist mir nicht heilig. Ich kann, ich befürworte generell einen Protest gegen den globalen Kapitalismus. Ich denke allerdings nicht, dass das Zerkratzen von irgendwelchen Autos, die zufällig auf der Straße stehen, kein guter Protest ist gegen den globalen Kapitalismus, weil man damit eher vielleicht einer mehrfachen Mutter, mehrfachen alleinlebenden Mutter das Auto, was sie braucht, um zu ihrer Arbeit zu kommen, zerkratzt. Man weiß ja nie, wem das Auto gehört. Naja, ich halte es nicht für sinnvoll, das zu machen. Aber gut. Kommen wir zur Auswertung. Überwiegend A. Riesen-A. Ich denke mal, das A steht in dem Fall für Arschloch. Und nun zu Ihnen. Wenn Sie noch in diesem Leben die Transformation zum Ethiker vollziehen wollen, kommen Sie um ein gründliches Studium der Moralphilosophie nicht herum. Schließen Sie umgehend ein hohe Luftabbonement ab. Besorgen Sie sich die gesammelten Werke von Aristoteles, Kant, Kierkegaard und Rawls und lesen Sie täglich 100 Seiten. Mit Lesen ist natürlich nicht getan. Übernehmen Sie daher bitte ein Ehrenamt, Sterbebegleitung oder ähnliches. Wow. Ihren Job können Sie mit diesem Pensum natürlich an den Nagel hängen. Tipp, sofern Sie nicht über ein Erbe verfügen, erkundigen Sie sich doch über Möglichkeiten der Existenzsicherung mittels Crowdfunding. überwiegend B, durchschnittlicher A-Faktor. Sie über, ich denke mal A steht hier auch wieder für Arschloch. Sie versuchen mit großer Geschicklichkeit den Spagat zwischen Tugendhaftigkeit und Eigennutz. Wir raten zu einer Grundreinigung Ihres Gewissens. Entschuldigen Sie sich bei allen, denen Sie schon mal auf die Füße getreten sind. Machen Sie an anderen Leuten und Tieren wieder gut, was Sie an deren Artgenossen verbrochen haben und halten Sie von nun an Ihre Versprechen, vor allem die, die Sie sich selbst gern gegeben haben. Überwiegend C. Ja, das ist glaube ich bei mir der Fall. Minimaler Arschlochfaktor. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind ein guter Mensch. Eigentlich fast schon zu gut, um wahr zu sein. Haben Sie wirklich ehrlich geantwortet? Ich würde behaupten, ja. Ich würde aber auch behaupten, dass der Test mir ein Scherztest war. Oder nein. Nein, ich nehme das komplett ernst. Wir sind hier schließlich in der Philosophie. Hier gibt es kein Humor. Bitte jeder, der A oder B bekommen hat, macht genau das, was dort vorgelesen wurde und dann schauen wir mal, was passiert. Oder alternativ, die Leute, die A bekommen haben, müssen einfach, wie heißt es, the good place durchsuchten. Das sollte als Ersatz für Kant, Rawls, Kierkegaard und Aristoteles durchaus durchgehen. Gut, kommen wir nach diesem spaßigen Exkurs zu etwas viel spaßigerem. Und zwar dem Induktionsproblem. Aber auch hier wieder erstmal ein Schluck. Ich habe echt gedacht, dass ich das Bier in dieser Episode, also das alkoholfreie Bier, komplett leer trinke. Bis jetzt waren es drei Schluck. Ich glaube nicht, dass ich sie leer trinke. Ja, also, Induktionsproblem. Häufig denken wir im Alltag, dass unsere Wahrnehmung und wenn nicht die, dann auf jeden Fall unsere Naturwissenschaften und sicheres Wissen vermitteln. Jedoch, und Achtung, hier kommt ein Hot Take, zumindest für die, die nichts mit Philosophie zu tun haben, könnte man damit nicht falscher liegen. Was? Ja, um diesen nachzuweisen, möchte ich über das Induktionsproblem sprechen. Und wie Paul Feierabend schon bereits richtig erkannt hat, gibt es viele Formen der Induktion, weshalb ich kurz erklären möchte, was hier mit Induktion genau gemeint ist. Und zwar, mit Induktion ist hier eine Form der Schlussfolgerung gemeint. bei der man vom Einzelnen auf das Allgemeine schließt, was logisch kein sicherer Schluss ist. Natürlich ist nicht jeder Induktive Schluss gleich stark. Je mehr Einzelfälle man hat, desto stabiler wird die Annahme. Aber von einer sicheren Schlussfolgerung lässt sich hier nicht sprechen. Also zumindest im Bereich der Logik. Diese läge bei ihrem Gegenteil, dem deduktiven Schluss, also dem Schluss vom Allgemeinen auf einen Einzelfall. Aber gut, kommen wir erstmal zu Hume und finden heraus, warum wir heute unsere Naturwissenschaften als probabilistisch verstehen. Wer das Wort nicht kennt, der kann das aus dem Englischen herleiten von Probability, der Wahrscheinlichkeit, und schon ist das Problem gelöst. Also, Humes Induktionsproblem. Ja, Hume erkannte etwas eigentlich sehr Triviales, was jedoch verheerende Folgen haben sollte. Wir richten uns im Alltag nach Dingen, die noch nicht passiert sind. Klingt erstmal überhaupt nicht spannend, oder? Sind unsere Hände zum Beispiel schmutzig, dann halten wir sie unter Wasser, um es zu reinigen, und halten es nicht in Feuer. Aber warum? Nun, der Empirist, also der Mensch, der meint, dass wir Erkenntnisse aus der Erfahrung gewinnen können, der wird antworten, dass er aus der Erfahrung weiß, dass Feuer Schmerzen hervorruft und Wasser die Hände reinigt. Aber dabei greift er für zukünftige Ereignisse auf Vergangene zurück und begeht somit einen induktiven Schluss. Somit ließen sich empirische Aussagen über die Zukunft nicht rechtfertigen. Die Prämissen würden keinen sicheren Schluss auf die Konklusion zulassen. Für wen diese Begriffe fremd sind, der soll in der ersten Episode des Podcasts das kurze Philosophy 101 zum Thema Argumente sich anhören. Dann wird er auch, was das angeht, im Bilde sein. So, nochmal ein shameless Plug hier einfach gesetzt. Das würde bedeuten, dass wir über alles außer rein rationalen Gebilden wie der Mathematik keine gerechtfertigten Ansichten haben können und, wie Russell es kommentierte, wir nicht zwischen gesund und geisteskrank unterscheiden könnten. Um das Ganze etwas verständlicher zu machen, möchte ich das Argument jetzt mal hier explizieren und zwar in seiner logischen Bestandteile auflösen. Prämisse 1 Die Zukunft hat bisher die Vergangenheit wiedergespiegelt. Prämisse 2 Die Zukunft wird die Vergangenheit widerspiegeln. Konklusion 1 Die Zukunft wird die Vergangenheit widerspiegeln. Das ist so die Annahme, mit der man im Alltag eigentlich lebt. Jedoch kommt jetzt Prämisse 3. Prämisse 2 setzt die Gleichmäßigkeit der Natur voraus. Also nicht, dass alles gleich ist, sondern im Sinne von Gesetzesmäßigkeit, dass es halt alles gleich funktioniert. Prämisse 4 Die Gleichmäßigkeit der Natur könnte nur durch ein Wahrscheinlichkeitsargument nachgewiesen werden. Prämisse 5 Jedes Wahrscheinlichkeitsargument setzt die Gleichförmigkeit der Natur voraus. Prämisse 6, Prämisse 4 und 5 scheitern im Zirkelschluss. Konklusion 2 Prämisse 2 ist falsch. dass die Zukunft die Vergangenheit widerspiegeln wird in Zukunft. Konklusion 3 Die Zukunft wird nicht die Vergangenheit widerspiegeln. Das ist ein großes Problem. Und Karl Popper erkannte dieses Problem. Ich denke mal, Karl Popper ist für den einen oder anderen hier ein bekannter Name. Deswegen ich nur ganz kurz auf ihn eingehen werde. Um dieses Problem anzugehen, entwickelte er daraufhin eine Methodik, anhand derer wir eine Quasi-Deduktion anstreben. Indem wir immer wieder versuchen, unsere Hypothesen zu widerlegen. Die Falsifikation. Überleben sie den Versuch der Widerlegung, steigt ihre Wahrscheinlichkeit. Scheitert sie, muss sie modifiziert werden, bis sie überlebt. Dies bedeutet, dass sich nur die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese erhöhen lässt, wir aber nie von einer Wahrscheinlichkeit zu einer sicheren Erkenntnis kommen können. Zumindest im Bereich der Empirie. Aber damit ist das Problem nicht gelöst. Und zwar kam dann einfach Nelson Goodman hier an und meinte, Nein, Leute, ich mache jetzt ein neues Induktionsproblem, was viel schlimmer ist. Denn das neue Problem der Induktion beschäftigt sich nicht nur damit, dass wir über zukünftige Zustände nichts sicher wissen können, wie Hume, sondern auch damit, dass die Unterscheidung zwischen einfachen und komplexen Prädikaten nicht so einfach ist, wie wir denken. Und um das verständlich zu machen, werde ich ein Beispiel aus dem Buch Philosophie, Geschichte, Disziplin und Kompetenzen, das man auch in der Quelle findet, in der Beschreibung vortragen, da es hier sehr gut erklärt wurde, meiner Ansicht nach. Also Zitat. Nehmen wir zwei Farbprädikate Grau und Grot an, wobei ein Ding genau dann Grot ist, wenn es vor dem Jahr 2015 Grau und danach Rot ist. Betrachtet man nun die Frage, welche der beiden Farbprädikate auf zum Beispiel Grafit zutrifft, ist festzustellen, dass unsere Daten, die alle vor 2015 erhoben wurden, beide Theorien bestätigen. Sowohl die, dass Grafit grau, als auch, dass es Grot ist. Aber beide Prädikate sind inkompatibel. Kein Ding kann Grau und Grot sein, da es dann ab 2015 Grau und Rot gleichzeitig sein muss. Sorry, ich korrigiere, zugleich sein muss. Müsste. Sicher liegt hier der Einwand nahe, dass dies kein Problem darstellt, da Grau ein einfaches, Grot dagegen ein komplexes Prädikat sei und daher mit Quine nur das erstere zu verwenden sei. Doch ist Grau wirklich ein einfaches Prädikat? Nehmen wir ein weiteres Prädikat namens Rau an, wobei etwas genau dann Rau ist, wenn es bis 2015 Rot und ab dann Grau ist. Jetzt lässt sich dafür argumentieren, dass nicht Grau, sondern Grot das einfache Prädikat ist, denn Grau ist in diesem Fall etwas genau dann, wenn es bis 2015 Grot und ab 2015 Rau ist. Also das macht die Möglichkeit und das Zitat ist jetzt zu Ende, deswegen labere ich wieder so, das erschwert die Möglichkeit, einfache und komplexe Prädikate von einander zu unterscheiden und das ist sehr wichtig. Wenn ich mich richtig erinnere, waren seine Beispiele mit einem Juwel, das blau und grün war und dann halt grün und blau als Prädikat gemische. Aber ich halte das Beispiel für sehr schön und sehr verständlich und es zeigt eine große Problematik. Und für die Leute, die sich jetzt an der Jahreszahl 2015 aufhängen, die Jahreszahl ist austauschbar. Ich hätte jetzt auch schreiben können 2030, weil man kann natürlich jetzt in die Kommentare schreiben, ja, 2015 ist um und wir können ja sehen, dass Grafit die Farbe nicht geändert hat, wobei auch das natürlich wieder induktiv wäre, weil wir uns nicht jedes Grafit, das im Universum existiert, gleichzeitig angucken können. Aber die Zahl ist hier irrelevant. Es geht einfach nur darum, dass wir nichts über zukünftige Zustände mit so einer Sicherheit sagen können, dass wir andere mögliche Zustände ausschließen können. So. Ja, das war das Induktionsproblem. sowohl das Alte als auch das Neue. Und eine Frage habe ich jetzt noch an euch, für diejenigen, die jetzt bis hierhin zugehört haben. Ich glaube, ich habe nämlich vergessen, das am Anfang noch zu stellen. Und zwar, wenn ihr das Thema interessant fandet und dieses Video gut angekommen ist, dann hätte ich großes Interesse daran, mal einen Gast einzuladen, den ich schon im Kopf habe, den ich auch schon gefragt habe und der mir bis jetzt zumindest ein Ja als Antwort gegeben hat. Und zwar möchte ich mit diesem Gast, den ich hier nicht nennen werde, für den Fall, dass die Person noch absagen sollte oder es aus welchen Gründen auch immer doch nicht zustande kommt, möchte ich über die Grenzen der Naturwissenschaften sprechen. Das möchte ich nicht machen und das möchte ich explizit ausdrücken, weil ich Naturwissenschaften für Blödsinn halte. Also das meine ich nicht, sondern ich bin der Ansicht, dass wir heute in einem sehr zientistischen, also wissenschaftszentrierten, naturwissenschaftszentrierten Zeitalter leben, in einem sehr physikalistischen Zeitalter, das alles auf Physik herunterbrechen will und ich sehe damit einige Probleme. Und über diese Probleme werde ich dann unter anderem in diesem Gespräch reden. Der Vorteil an diesem Gespräch wäre, dass der Gesprächspartner jemand wäre, der aus dem Feld der Naturwissenschaften kommt und deswegen sehr gut die andere Seite darstellen kann, weil ich halt sehr stark Geisteswissenschaftler bin. Also ich bin halt mehr in diesem Gebiet zu Hause als in den Naturwissenschaften. Was nicht bedeutet, dass ich komplett ungebildet bin, was Naturwissenschaften angeht, sondern dass ich einfach mehr im Bereich der Geisteswissenschaften weiß und meine Kompetenzen da definitiv stärker sehe als in den Naturwissenschaften. Jedenfalls würde ich das für ein sehr interessantes Gespräch halten, wo es sich meiner Ansicht nach zum ersten Mal auch lohnt, wirklich einen Gast einzuladen. Wenn ihr da Interesse dran habt und bestimmte Fragen oder Ideen habt für dieses Gespräch, die ich aufbringen könnte, die ihr gerne beantwortet hättet oder über die ihr gerne hättet, das mit diskutiert und ich auch der Ansicht bin, dass sie für sinnvoll, also wenn ich sie auch für sinnvoll befinde für das Gespräch, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Ansonsten ist das Video an der Stelle beendet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Vielen Dank.